Hallo und Willkommen zu meinem kleinen Weihnachtsspezial hier auf meinem Kanal. Wieder mal ein bisschen Belleville Back Home Mini 2, auch wenn ich gesagt habe, dass nichts mehr kommt. Habe ich mich ein bisschen unentschieden, dass bei Belleville 3 noch keine Schneemaps gibt. Und da ich sowieso nie aufnehmen könnte, wenn ich Belleville 3 spielen würde. Da ich noch einmal einen zu schlechten PC habe. Ne, Grafikkarte geht noch, aber der Treiber... Ja, es sind sogar mein Herzschlund, dass auf Belleville 3 läuft. Ja, wieder mal das gute alte Belleville 3. Ja, gleich mal ein bisschen mit einem 40. Und... Ne, 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 ne. Du gehst nicht mehr. Du gehst nicht mehr. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Wie sieht es eigentlich schon bei euch aus? Habt ihr auch Schnee? Ne, nicht auch schon, sondern habt ihr Schnee? Denn ihr sitzt und dann... Eher nach nassem Regenwetter aus und überhaupt kein Schnee, nix. Ne, nicht gerade schön. aber was will man machen in den bergen haben wir haben wir schon schnee ja haha in your face und ja ich würde mich freuen wenn es hier noch anfangen wird zu schneien wie aus was weiß ich damit so weiß weihnachten haben denn sowas gehört einfach zwei jahre schön weiße Weihnachten ja so unter dem Tannenbaum alles drückt das sind Lieder oder weniger hören Lieder ähm lachen die anderen aus Lieder sind dann Spaß ähm das ist ein Sniper okay dann hast du Ideen und ja Weihnachten schöne aber stressig zu sagen den oft merkt ich schicke Kaufen und ja habt ihr alle schon Geschenke komm ich dann nehme dich wie kommt der aufs Dach gibt sie ach so ich glaube da gibt es leider noch nach oben nach oben da geht die hoch oder wir haben die Ladung entschärft ja wir haben das gute alte Snipern ach ne wir haben sie entschärft cool muss ich sagen gefällt mir persönlich viel besser als ein Battlefield 3 weil es ist einfach einfacher finde ich und es macht Spass und ja die AT Hakenwerfer gibt sie auch noch und hier wird gerade überall die Sprengladung gesetzt und jemand entschärft das ist nicht ganz schön dann komme ich doch hier mal als Pionier die ist weg oh und von beiden Seiten da kann man auch nichts machen und und ja und da sind wir schon wieder ein bisschen zurück da waren wir schon zurück gesetzt leider schade 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 was will man machen das ich das 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 und Ja, dann könnt ihr in den nächsten Tagen ein paar mehr Weihnachtsspezials von mir erwarten. Ich mache jetzt zwar nicht so was wie einen Adventskalender oder so, aber ein bisschen Weihnachtsspezial gehören. Immer zum Einladen, oder? Ja, ich gebe dir Deckung. Gut, der ist down. Oh ja, ohne wieder zum allerlächsten Rennen. Hier machen wir die 40mm Granaten nachgeladen. Schönen Innenfuß rein. Kerbe. Äh, okay. Da wurde ich von der EX und W gekillt. Ach ja. Hier ist schon Schnee. Können wir gleich ein bisschen Schnee nachbauen. Und da ist einer. Und ich bin auch gleich tot. Ja. Da wird alles sprayen nix. Aber was schon ist ein Welfig 3? Hier habe ich jetzt schon alles freischalten. Welfig 3, da bin ich immer noch dran. Ja. Einfach schwimmen. Oh, da geht jemand zu weh. Da geht jemand zu weh. Da geht jemand zu weh. Nein. Och, wenn du jetzt geht, verdammt. Ja, okay. Sechs in acht. Macht ihn rasch oft einen entscheidenden. Aus. Dings. Aus. Toil. Wo ist was, was ich. Ja, sehr schön. Und ich lauf in der Karte rein. Auch schön. Ne, 16 nicht gerade. Das. Äh. Die score man nicht. Naja. Ja. Was will man machen hier? Jetzt müssen wir verteidigen. Kommt schon. Gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Äh. Tut es mir als Weihnachtsgeschenk zuliebe. So. Ach ja. Ich könnte stundenlang über dieses Game schwärmen. Es ist vielleicht wie bei vielen Battlefield 2. Nein. Bei mir ist in der Company mein erstes in den Fuß rein. Mein erstes Game. Also mein erstes Reziershooter. Nebst Comet Arms. Ja. Das war mein erster Shooter. Die MP443. Gibt es ja eine. Battlefield 3 auch wieder. Finde ich cool. Den nutze ich aber kaum. Ich bin jetzt immer der Graphica. Da. Das hier ja auch. Habe ich gemerkt. Das. Habe ich gar nicht gemerkt. Dass das die Graphica ist. Aber. Äh. Immer mehr. Nein. Nein. Ich will mich immer hinlegen. Echt. Ach. Kacke. Ja. Was gefällt euch eigentlich besser? Bekommt mir. Welfel 3. Ich bin mir da nicht so sicher. Mir gefällt irgendwie beides. Mir gefällt. Bekommt mir nicht sehr gut. Aber Welfel 3 gefällt mir auch recht gut. Wenn es mal. Ein bisschen besser laufen würde. Auf meinem PC. Uh. Und ein Goldstar. Was. Ich meine. Was gibt es Schöneres. Ein Platinstar. Natürlich. Oh. Ja. Ja. Ich. Kill Steffs. Oh. Mit meinem schlechten Ping. Den hier aber irgendwie alle haben. Wie man hier gerade sieht. Und ich will in einen neuen Squad. Und. Ne. Komm ich gleich mit dem. So. Ho ho ho. Ich bin nur schöne Geschenke mit. Geschenke. Echt. Sparschen. Ich glaube du lagst. Ja. Es ist ausgeflogen. Ich glaube du lagst. Ja. Es ist ausgeflogen. Oh. Nur Hilfe. Ich bin kürzlich ein paar Bewegungen. Schnellen. Schnellen da. Alle. 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 Ich glaube das Interest gerade abgekackt. somit wenn ich diesen ein kleiner Spezial ich habe ein schönes Ende haben was man mir ja so ist gesagt dann bin ich ruhig noch schöne Feiertage oder halt für Adventstag was auch immer und jetzt man sieht sich bis an